Hi, Markus hier. Der folgende Podcast war bisher Patreon-exklusiv. Aufgrund der aktuellen Lage haben wahrscheinlich einige von euch mehr Zeit als sonst, deshalb dachten wir uns, dass mal wieder ein guter Zeitpunkt für ein paar Patreon-Kostproben wäre. Mehr solcher Casts bekommt ihr bei einer Unterstützung von mindestens 5 Dollar auf patreon.com slash unlimited ammo. Wir freuen uns jedenfalls über jede Spende. Und nun, viel Spaß mit der Folge. Ja, das ist doch schön. Das war schon einmal zu viel Applaus für diesen Film, ey. Und damit willkommen zum Podcast über Star Wars Episode 9, weil das ist ja ein Patreon-Beitrag. Hier haben wir uns jetzt dazu entschieden. Und ja, Marius kommt hinter die Paywall. Wenn ihr Marius hören wollt, dann müsst ihr auch ordentlich zahlen. Immer wenn ich über Star Wars rede hier. Ja, freut mich, dass das geklappt hat, dass du der illustren Runde beitreten konntest. Vor allem, ich hatte irgendwie noch so heute so, ja, hatten wir jetzt endlich, weil ich glaube, wir wollten den Podcast schon seit über einem Monat oder so und das hat irgendwie nie geklappt. Und dann hatte ich das auch mit dir dann abgeklärt. Ich war so, okay, jetzt haben wir Montag, alles klar, 19 Uhr passt. Und dann so heute Morgen auf der Arbeit denke ich mir so, hatte ich eigentlich Marius Bescheid gegeben, dass der Termin jetzt auch wirklich zustande gekommen ist? Und die Uhrzeit überhaupt? Nein. Dann habe ich ja noch schnell geschrieben. Aber ja, gut, dass du dabei bist. Ich meine, ich glaube, du musst dich mittlerweile auch gar nicht mehr großartig vorstellen als bester Freund von Simon Unge. Was für ein Törlos-Intro. So möchte ich auch vorgestellt werden. Ich weiß nicht, du bist, äh, äh, bist, bist du der beste Freund, äh, ne stimmt, du bist doch, du bist doch mit einem größeren YouTuber befreundet, beziehungsweise wohnst du doch, oder wohnt ihr noch zusammen, oder? Achso, ja, hier, Daniel. Ja, genau. Ja, ja, doch. Er ist doch größer als wir alle, also auf, auf YouTube. Ich weiß jetzt nicht, wie, ich glaube jetzt nicht, dass er von der Körpergröße her größer ist als wir alle. Also, ich weiß nicht, wie groß sind die Mitglieder bei, äh, an der Mitte der Machen. Ich glaube, ich glaube, Lena, äh, Lena ist, äh, ist die Größte. Ich glaube, Lena ist irgendwie knapp, oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, so um die 1, um die 1, um die 1, um die 1,90 rum, glaube ich, also es war auf jeden Fall, war auf jeden Fall größer als, äh, als Simon, äh, Martin und ich. Also, ich habe keine Ahnung mehr, worum es gerade geht, ehrlich gesagt. Um die größten YouTuber, die wir kennen. Um das fürs Protokal noch festzuhalten, bevor wir tatsächlich zum Thema kommen, mein Kumpel ist, glaube ich, 1,90 oder 1,91. Also, er könnte auch Konkurrenz machen. Dann könnte er der Größte machen. Oder bist du, bist du, bist du jetzt noch jemand, äh, von den Berlinern, die auch irgendwie so privat mit, äh, David Hayen befreundet sind, der ist doch auch irgendwie zwei Meter oder so, keine Ahnung. Okay, also, ich war auf einer Weihnachtsfeier mit einem von Future. Ich weiß jetzt nicht, wie die auf YouTube groß sind, aber, ja, aber ansonsten, nee. Also, ich merke, wir wollen nicht über Star Wars reden. Ja, ne? Kata, Kata ist übrigens auch da, deswegen. Hi. Die, die, beziehungsweise die geheime Person. Eben. Nein, das etablieren wir nicht. Ich hab auch, ich hab auch in unseren Aufnahme, in den Aufnahme-Channel, hatte ich auch für den nächsten Ghibli-Cast, hatte ich, äh, irgendwie, was war irgendwie so, Markus, Björn, Geheim und Martin. Oh no. Ah ja, das wird jetzt der Running-Gag. Äh, ja. Aber gut, ja, dann sind wir alle vier endlich beisammen. Äh, auch an alle Zuhörer, Zuhörerinnen natürlich, äh, vielen Dank, dass ihr uns hier bei Patreon unterstützt oder vielleicht auch jetzt wegen dieses Casts hinzugekommen seid und jetzt eure Unterstützung direkt wieder zurückgenommen habt. Aber wir sind hier, haben uns in dieser illustren Runde gefunden, um über den, ja, ich glaub, Marius, ne, besten Film der letzten Dekade zu sprechen noch. Also ganz zum Schluss, am Ende kam einfach nochmal 2019 der Brecher raus, hat's, äh, geschafft, alle Erwartungen zu übertrumpfen und, oh mein Gott, ich glaub, ach, wir sprechen über Little Women oder was? Ich glaub, Marius, Marius, Marius ruft grad schon die Polizei zu mir nach Hause. Denk dran, ich hab deine Adresse, dass ich vorhin nur gesagt hab. Ja, ich weiß auch nicht, ob du Du hattest letztens, als ihr ja mit Als du und Martin in Bochum wart Seid ihr ja auch an meiner Haltestelle Vorbeigefahren und dann krieg ich einfach von Marius So ein Bild aus der Bahn so Mit dem Ortsnamen Angermund und ich weiß nicht So, ist das einfach nur eine Drohung jetzt gewesen Martin hat einfach gesagt, hier wohnt Björn und dann so, ich mach jetzt ein Foto einfach Und schick dir das und fertig, das war's schon Ja, aber du bist ja Also ich glaub jetzt von uns vier Oder die anderen korrigieren mich bitte Aber du bist ja eigentlich so der Größte Star Wars Fan Also wirklich derjenige, der sich auch so Richtig auf Den Film jetzt gefreut hat Und da richtig investiert im Filmuniversum ist Beziehungsweise war Ja, das Ding ist, ich weiß, ich kenn jetzt die anderen Nicht so gut, also ich bin 1,78 Oh, okay Also Schon ein großer Star Wars Fan Ne, also ich fang jetzt wirklich mal ernsthaft Dann okay Also das Ding ist halt tatsächlich Und es klingt wahrscheinlich ein bisschen extra Aber ich war halt wirklich vor allem in dieser Sequel Trilogie auch Extrem investiert Also 7 und 8 Ist mein heiliger Gral an Mainstream Kino Und auch Indie Kino Aber das ist nochmal eine andere Sache Und dementsprechend habe ich auch Obwohl es schon Vorzeichen gab Dass 9 eventuell nicht Nicht so ein würdiger Nachfolger Für mich persönlich Muss man ja auch immer sagen Werden könnte Habe ich bis zuletzt dran geglaubt Und auch bis zuletzt Ja, Spaß dran gehabt Mich auf den Film zu freuen Was ich auch nicht bereuen würde Wurde dann aber Leider Gottes auf Sehr vielen Ebenen Sehr enttäuscht Und ich habe auch nicht Ehrlich gesagt nicht gedacht Dass man so für einen Film empfinden kann Weil ich tatsächlich so ein bisschen diese Wie sag ich mal so Diese 7 Stages of Grief Oder sowas durchlaufen habe Oder wie viele Stages Es sind auf jeden Fall nicht alle gemacht Mehrfach Fünf sind es ja Fünf, genau Ich habe noch zwei dazu erfunden Und ich habe Liebeskummer gehabt Wegen des Filmes Ich habe mich schlecht gefühlt Ich habe heute noch Momente In denen ich mich kacke fühle Aber das kann man ja dann alles In den nächsten Minuten aufarbeiten Okay, alles klar, gut Dann, Katha, wie sieht es bei dir aus? Ich kann bei dir momentan glaube ich Gar nicht einschätzen Wie du im Star Wars Universum verankert bist Also für mich ist es eigentlich ganz klar So ursprüngliche Trilogie Habe ich sehr häufig geguckt Dann Episode 1, 2 und 3 Bin ich überhaupt nicht drin Und jetzt die 9 fand ich eigentlich ganz gut Und es war jetzt richtig faszinierend Zu beobachten Weil ich hatte einfach Bei keinem einzelnen Film Irgendeine Erwartung Und es war wunderschön Einfach zu sehen Wie das so immer weiter Nach unten gestiegen ist Und ich kann auch ein bisschen Weiter ausholen Sehr gerne Der Witz wäre ja eigentlich gewesen Wenn Martin dabei gewesen wäre Dass er dabei ist Obwohl er den Film gar nicht gesehen hat Aber ich finde Ich ersetze das ganz gut Denn ich habe einfach den ganzen Film Irgendwie gefühlt Verdrängt Ich erinnere mich noch An die ersten 30 Minuten Dass ich das erste Mal Seit langem wieder im Kino So war so Boah ey Muss ich das jetzt wirklich Alles durchsitzen Und ab da ist irgendwie so Blank Es ist so verschwommen Insofern Passt das ganz gut Vielleicht wird Jetzt mein Traum herausgearbeitet Und ich kann es verarbeiten Wie beim Therapeuten hier Wir sprechen jetzt darüber Und diese ganzen Erinnerungen Oh ja Oh diese Szene Oh 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 Und diese Momente Habe ich tatsächlich Teilweise tagsüber Ich denke Oh nee Das passiert ja in dem Film Obwohl ich ihn halt wirklich Drei vier Mal gesehen habe Ja das ist aber Ich finde das aber Das gibt es aber bei Sachen Die ich längere Zeit Dann nicht mehr gesehen habe Das war zum Beispiel bei Was war das Als wir Den verlorenen Podcast Gemacht haben Für Indiana Johnson Der verlorene Podcast Beim Vierer Wo ich so Oh 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 fuck Stimmt da kommt da jetzt noch was Also ich habe das auch Sehr oft Bei Filmen Auch wenn ich sie gut finde Dass wenn die halt Ein bisschen weiter weg sind Dass ich mich halt Nicht so genau dran erinnern kann Was passiert ist Und bei Star Wars Habe ich das komischerweise nicht Also da habe ich Habe ich heute nochmal Drüber nachgedacht Und ich habe sehr viele Szenen Noch präsent im Kopf Was jetzt nicht unbedingt Was Positives ist Aber sie sind noch da Was mich verwundert hat Okay aber Also wie ist jetzt bei dir So der generelle Bezug Zu Star Wars Damit wir das jetzt auch mal Für dich einordnen können Hier Ja Ja Star Wars und ich Ich weiß nicht Ich will es mögen Aber Zumindest die Filme Haben mich noch nie So richtig bekommen Also ich glaube Episode 1 War so damals Für mich Einer der ersten Kinofilme Den ich gesehen habe Und als Kind Fand ich den auch noch cool Und dann habe ich halt Ja Alle drei Der Prequels gesehen Und natürlich auch Die alte Trilogie Und Fand die immer okay Also ich bin jetzt Nie so der riesige Fan gewesen Aber Fand die voll okay Und Die neuen Also Teil 7 War für mich dann Tatsächlich mal Ein Star Wars Film Wo ich gesagt habe Okay den fand ich Durchgehend unterhaltsam Der Ich fand Den cool Und dann hatte ich Ein sehr merkwürdiges Erlebnis Ich mochte dann In 8 Erstmal gar nicht Also wirklich null Als ich den das erste Mal Gesehen habe Und in Vorbereitung Auf Episode 9 Habe ich halt 7 und 8 Nochmal geguckt Und jetzt ist es Andersrum Ich mochte 7 Nicht mehr wirklich Also Sehr viele Szenen haben da gar nicht mehr So für mich funktioniert Und Insgesamt fand ich ihn dann Eher schwach Jetzt nicht schlecht Aber schwach Und 8 Habe ich dann Plötzlich voll gut gefunden Und Ja Also das ist so mein Stand Ich würde Ich habe kein Video gemacht Star Wars hat mein Leben verändert Mein Essay wäre wahrscheinlich Die Star Wars Spiele sind besser Als die Filme Aber ja Ich bin jetzt kein riesiger Fan Aber ich Bin dem Universum Sympathisch Gesonnen Was es sich ein bisschen Mit Episode 9 Verspielt hat Bei mir Okay Ja also ich bin Ich bin so ein großer Star Wars Fan Dass ich Episode 8 Zweieinhalb Jahre lang Nicht gesehen habe Obwohl ich einen Podcast Drüber gemacht habe Der drei Stunden ging Und mit zu den erfolgreichsten Podcasts ist Die wir haben Auf YouTube Und irgendwie Laut den Kommentaren Hat es nicht mal Irgendjemand gemerkt Also Weiß ich gar nicht Warum ich jetzt überhaupt Den Neuner gesehen habe Um hier im Podcast Drüber zu sprechen Aber ja Also Star Wars war Ich habe Früher Noch die guten alten VHS Bevor es George Lucas angefangen hat Darin rumzudoktern Also die Version Habe ich tatsächlich noch gesehen Fand die halt gut Und dann War ich halt ein dummes Kind Und so Ja der neue Star Wars Ist im Kino raus Ja gehen wir die mal gucken Alles klar Ich glaube Episode 2 Habe ich geskippt Und den dritten Habe ich im Kino gesehen Und ja den Siebener fand ich auch so Okay Aber ich glaube es war eher dieses Ich glaube das war bei vielen Leuten So dass Episode 7 Als er rauskam Deutlich besser aufgefasst wurde Als jetzt mittlerweile Weil man es eben Man war einfach froh darüber Nicht Die Prequel Trilogie zu haben Also einfach nur Das war ein kompetent gemacht Der Film Der gut aussah Gute Also zumindest Normal geschriebene Dialoge hatte Und wirklich mal wieder So praktische Effekte Benutzt hat Und mittlerweile Wenn man dann zurückblickt Und vor allem jetzt so Weiß was daraus geworden ist Aus vielen dieser Story Threads einfach Die so gar nicht Irgendwo hingeführt haben Ich weiß nicht Da Da kann ich den Siebener glaube ich nicht mehr gucken Und den Achter Mag ich einfach Noch so Finde ich Finde ich ganz gut Einfach Respektiere ich am meisten Weil das wirklich so Rian Johnson Seine eigene Vision umgesetzt hat Auch wenn man das Casino Ding hätte Streichen können Aber ja Ja aber jetzt Dann lass doch jetzt mal Über den Den Neuner sprechen Ich wollte glaube ich Direkt am Anfang Einfach mal einwerfen Mir ging es Ich habe am Anfang Ich saß einfach im Kino Und war verwirrt Also ich war so Die ersten 20-30 Minuten Ich war so Geht es mir Habe ich irgendwas getrunken Oder Weil Irgendwie Dauernd passieren Dinge Keine Es ist keine Sekunde Pause Wenn Charaktere miteinander reden Es ist Alles klar Zum nächsten Ding Und du gehst von Punkt zu Punkt zu Punkt Ich weiß nicht warum Anscheinend Wurde in einem Fortnite Event Der Imperator Wieder Auferweckt Wir sind jetzt Am trainieren Wir treffen uns da Wir gehen hier hin Alles klar CP3 Und Dinge passieren Wenn Chewbacca stirbt fast Irgendwie das Ray lässt Dinge explodieren Und ich glaube erst so Nach Na dreiviertel Stunde Nach dem ersten Akt Konnte ich mal Atmen einfach So das war Einfach Szene an Szene an Szene Aber Ohne irgendwie Dass ich dabei war Also ich habe Zugesehen Aber ich war einfach nicht dabei Ich war so Dinge sind passiert Aber Ich war einfach so Außen vor Also ich weiß nicht Ob es euch ebenfalls so ging Am Anfang vom Film Ich denke es ist auf jeden Fall Problematisch Wenn man nicht das Fortnite Event Miterlebt hat Oh Mann Das Ich hatte das sogar noch Irgendwie zum Spaß Irgendwie gesagt So ja Wahrscheinlich wurde das In einem Fortnite Event Angekündigt Weil ja wirklich In den Opening Credits Einfach so gesagt wird So Palpatine is back Und ich so hä Und danach habe ich dann Mit meinen Kumpels Drüber gesprochen Und meinte so Ja es wurde bestimmt In einem Fortnite Event Angekündigt Und dann war es halt Wirklich so Und ich dachte so Was Aber ja Also anscheinend Wurden da halt Irgendwelche Durchsagen Wo sich Palpatine Ankündigt Irgendwie Übertragen Die man hören konnte Also wahrscheinlich Jetzt auch nicht So viel mehr Kontext Also ich fand Ich fand es ein bisschen Komisch Dass halt Palpatine Einfach so Ja der ist jetzt Wieder hier Und dass man das So gar nicht Groß filmisch So einfängt Und ja Die erste halbe Stunde Wird dann so ein bisschen Rumgerudert Also ich war auch nicht So sofort drin Das ist Katha, Marius Wie sieht es bei euch aus? Also Wie gesagt Ich war irgendwie Die erste halbe Stunde Die fand ich echt Schwer ertragbar Weil ich war so Was gucke ich hier? Was ist das hier? Das könnte ich ja Besser schneiden So dieses Gefühl Und das hat mich So komplett aus dem Kontext irgendwie gerissen Und vor allem Ich war mit meinen Geschwistern drin Und ich konnte einfach Links und rechts Neben mir sehen Dass da so ähnliche Gedankengänge war So viel zu hastig Viel zu viel Die Dialoge Haben sich so richtig Unnatürlich angefühlt Und ich war so Was ist das? Ist das wirklich Ein Star Wars Film Den ich gerade sehe? Und dann Danach ging es Irgendwann wieder Aber ich war echt so Alter Diese Eröffnungs So soll ein Film Nicht anfangen Aber ja Ich empfand es auch So ein bisschen Also um das vielleicht Noch mal kurz zu sagen Ich halte Also für mich Persönlich nicht Ich halte Ich sag einfach Episode 7 ist Mein liebster Star Wars Film Tatsächlich Und J.J. Abrams Der Regisseur von 7 und 9 Ist halt auch Ein sehr Schneller Erzähler Was halt auch Einfach Eines seiner Stilmittel ist Und mir kommt es In Episode 9 Komplett durchgehend Halt auch so vor Als hätte er dort Nicht alles Aber viele Viele Sachen Falsch gemacht Die er in Episode 7 So richtig genailt hat Also Episode 7 Hat auch einen sehr Rasanten Start Mit dieser Eröffnungssequenz Wo dieses Village Da geradet wird Und dann Entkommen sie Mit dem TIE Fighter Und so Aber da packt das Irgendwie so Einen guten Rhythmus Beizubehalten Wo es dann auch mal So ganz ruhige Momente Zwischendurch gibt Und so Und hier wird es halt Völlig übertrieben Weil Und ich glaube Irgendwie Das hat super viele Gründe Und einer davon ist Zum einen Dass der Film halt so Unendlich Plot driven ist Mit so Tausend verschiedenen Schnitzeljagden Was ich per se Gar nicht so Ultra kacke finde Aber es ist halt so Unglaublich viel Setup Und halt auch die Tatsache Und ich finde Vor allem als ich den Das zweite Dritte Mal gesehen habe War das für mich So krass obvious Dass die halt Leia unbedingt Im Film haben wollten Aber es eigentlich Nicht konnten Und dadurch Hattest du diese Unglaublich erstmal Gestellsten Dialoge Und die Tatsache Dass halt Carrie Fisher Nur irgendwo stehen kann Und halt nur auf das Antworten kann Was die Leute sagen Und dadurch hast du So ein seltsame Dialoge Sowas irgendwie so Ja hier das und das Und ich mache das Leia und jetzt gehe ich Da hin Leia und ich mache das Und ihre Antwort dann Ja Und es ist so Ja Okay I get it Und es ist auch irgendwie Nett Aber Es ist irgendwie so Ja Also aber Ja klar Also ich finde wirklich Erst wenn sie dann Auf diesen Wüstenplaneten Nach Passana reisen Da wird es dann mal Da kommt dann mal irgendwas Und ich kann mich auch noch erinnern Ich glaube bis zum dritten Mal Wo ich den Film geguckt habe Habe ich nicht kapiert Es gibt doch diese Trainingssequenz von Rey Und parallel dazu Wird geschnitten Wie Kylo Ren Quasi diese Maske Von Darth Vader anguckt Und dann gibt es solche Crosscuts Und vor allem Kommt dann so kleine Visionen Und ich habe echt nicht kapiert Was genau das bedeutet Ob die dann so wieder Verbunden sind Ob die das beide sehen Ob das einfach irgendwie So ein Also ob das Diegetisch sozusagen ist Oder ob das einfach nur Für den Zuschauer ist So ach guck mal Das ist in den letzten Filmen Passiert irgendwie Und es war schon Wirklich arg weird Ja Das Allein aber auch schon wieder Dieses So der Film fängt an Und Ja Perpetin lebt irgendwie Ist auf so einem Planeten Da haben so 3000 Sternenzerstörer gebaut Wie egal Fuck you So don't think about it Und Es gibt hier irgendeinen McGuffin Mit dem kann man diesen Planeten finden So wer hat diesen Warum gibt es diesen Planeten Wer hat diesen McGuffin gemacht Und warum hat Kylo Ren den Und warum gibt es halt noch einen Und warum ist das auch Genau in dem Buch beschrieben Wo so irgendwie Rey auf So what the fuck Das ist so J.J. Abrams Einfach irgendeinen Scheiß erfunden So ja ich will irgendwie Zu dem Punkt So der schreibt einfach Keine natürliche Geschichte Sondern so Ja ich will jetzt Ungefähr das haben Also denke ich mir jetzt Irgendein Bullshit aus Mit dem wir die Charaktere Da irgendwie Hinbringen können Oder so Ich weiß Das war so So seltsam einfach Das ganze Ding da dran Das hat sich nicht Nach einem richtigen Film Oder nach einer richtigen Handlung Angeführt Das war Also ich fand das war Schlechtes Fanfiction einfach Also ich Ich gebe dir recht In der Tatsache halt Dass es zu viel ist Also ich finde halt auch so Um vielleicht nochmal Den kurzen Breakdown zu machen Damit ich selber nochmal Im Kopf habe Und vielleicht wir alle Es geht darum Dass die wollen zum Exegol Planeten Und dafür Müssen sie nach Passana Weil da ist Irgendwas Was sie brauchen Dann finden sie das Messer Das Messer Führt sie zum Todesstern Der Todesstern Hat diesen Wegfinder Und der Wegfinder wird zerstört Und dann haben sie Hat Rey doch nochmal den Wegfinder Und dann findet sie den Weg Sozusagen Und ja Es ist also Wie ich es jetzt schon erzähle Aber ich würde dir tatsächlich Ein bisschen widersprechen Weil ich halt schon sag So Zum einen bin ich immer Ein großer Verfechter Vielleicht im Fall Vom Imperator Nicht 100% Aber ein Verfechter davon Dass du halt auch irgendwie Einfach Sachen annehmen kannst Für deine Geschichte So im Sinne von Es gab auch ganz viele Vor Episode 7 Wo dann gesagt wurde So Öh Warum erklärt mir niemand Woher jetzt die First Order kommt Und ich so Ja mein Gott Also Jetzt stell dich mal nicht dran Es sind irgendwie 30 Jahre vergangen Und vor allem irgendwie Ähm Was Star Wars schon immer Auch so ein kapitelhaftes erzählen Wo halt dann auch einfach mal Sachen vorausgesetzt werden Das sieht man heutzutage im Kino nicht mehr Weil eben auch wirklich Alles aus Brot geschmiert wird Okay Dann sind halt die Zuschauer Ein bisschen blöde Ist dann halt auch mein Ist nicht mein Problem Ähm Aber vor allem finde ich auch Und wenn ich vielleicht Ich finde Episode 9 ist vieles nicht Was für mich Star Wars bedeutet Aber tatsächlich so Dieses Super pulpy Und Eigentlich fast schon Komödiantische Rum Rumblödeln Durch so ein Blott Ich finde Ich fand das macht er eigentlich Noch ganz spaßig So wenn die halt sagen Oh guck mal Wir haben hier ein Messer Und das Messer hat die Form Vom Todesstern Und das müssen wir da dran halten Ich weiß nicht Das ist halt irgendwie Natürlich weiß J.J. Abrams Dass das dumm ist Das wäre ja Also J.J. Abrams ist schon Weißt du das? I don't know Natürlich weiß der das Aber natürlich weiß der Dass das dumm ist Aber das spielt doch auch an Auf alte Adventure-Erzählungen Indiana Jones ist auch nicht Viel schlauer Also sorry Dass ich jetzt mal so sagen soll Das ist das ja nicht Aber Indiana Jones Das versucht ja nicht In der Trilogie Eine zusammenhängende Story Irgendwie zu entwickeln Ich glaube das wäre Wäre das der erste Teil Von der neuen Trilogie gewesen Hätte so angefangen Also dann fände ich es Immer noch viel zu schnell gewesen Aber dann hätte ich dieses So ja Dann hat es halt Dann gibt es halt Diesen Kylo Ren Und der hat halt Diesen Megafan gefunden Whatever Finde ich okay Aber irgendwie So als Ende da dran Und ich kann mich halt Nicht davon trennen So dieses Wissen Wie diese Filme Gemacht wurden So du weißt Da gab es kein Plot-Outline Du weißt Dass das hin und her gezogen wurde Das halte ich aber auch für Schwachsinn Also muss ich ganz ehrlich sagen Du weißt Dass sie den ursprünglichen Director Von Episode 9 Wieder gekannt haben Und dass dann JJ Einfach alles Was Rian Johnson Irgendwie aufgebaut hat Einfach wieder Sofort umgekehrt hat Und keine Ahnung So wenn ich daran Die ganze Zeit denke Dann ich kann das nicht Ich kann diesen Film Nicht als Film sehen Ich kann ihn einfach nur Als dieses komische Disney-Machwerk Was in die Hose gegangen ist Betrachten Aber ich finde halt Also Was ich wirklich Auch eine Problematische Narrative Finde ist halt tatsächlich Dass Leute Das Versagen des Films Damit begründen Dass es keine Outline gab Weil Das ist halt Blödsinn Weil Ich und viele andere Leute Auf dieser weiten Welt Haben eine klare Outline Zwischen 7 und 8 gesehen Und die werde ich auch Auf den Tod verteidigen Und die hätte man können Mit Episode 9 weiterführen Und dann wäre es Eine stringente Erzählung gewesen Zumindest stringenter Als es die Originaltrilogie ist Die bei Leibe Keine Durchdachte Plotline hatte Und Episode 9 Entscheidet sich da halt Einfach für schwachsinnige Sachen Wo man halt denkt So ja Wenn halt das Thema Von Episode 8 ist Jeder kann die Macht haben Und es ist egal Wo du herkommst Kann nicht das Thema Von Episode 9 sein Es ist eigentlich doch Relativ wichtig Wo du herkommst Und du kannst auch Einen mächtigen Namen Annehmen so Das ist halt ein bisschen Bescheuert Aber ich denke Solche dummen Entscheidungen Bewahren nicht Also wenn das Gegeneinander steht Sagen Dumme Entscheidungen Filme treffen Was ist das Mittel Das dagegen hilft Nicht Also das Mittel Das nicht dagegen hilft Ist alles im Vorhinein Zu planen Sondern richtige Entscheidungen treffen Und ich finde Das wird ganz oft In den komplett falschen Kontext gesetzt So klar Hat man jetzt gesagt Von Anfang an Rey ist Hier der und der Und Kylo Ren Endet so und so Und dies und das Dann hätte man können Darauf hinarbeiten Aber offensichtlich Haben sie ja auch Was anderes hingearbeitet Und J.J. Abrams Hat dann gedacht So Ja ist jetzt Eine gute Idee Ist dann halt Nicht so zu machen Irgendwie Und das ist dann halt Auch immer eine Auslegungssache Ich meine offensichtlich Haben die ja was anderes In dem Film gesehen Als ich oder wir Oder so Und ja Es ist anstrengend Ja also Worüber ich hinwegsehen kann Ist eben sowas wie Oh wir müssen an dieser Position stehen Und den Dolch so halten Und sowas Das ist zwar dumm Aber das kann ich Irgendwie verschmerzen Aber was ich dem Film Irgendwie übel nehme Ist halt wirklich Wie er die Sachen Aus Episode 8 Nochmal aktiv aufgreift Um sie dann zu revidieren Also das Fand ich schon Irgendwie teilweise Sehr hart Und ich finde Das wirkt Im Film so Als gäbe es Böses Blut zwischen denen Weil sie beide Irgendwie was anderes Mit der Story machen wollten Und Ja vielleicht Vielleicht wollte er einfach Nur die Das ist Es fühlt sich auch teilweise Halt echt an Wie so eine So eine Antwort Oder Beschwichtigung Der Fans Die halt Also diese eine Hälfte Die bei Episode 8 Ja Bis heute noch Am Durchdrehen ist Einfach Das hat ja nicht Nicht einfach so Während der Film Rausgekommen ist Und dann war gut Sondern es hat ja Bis heute Leute haben eine Komplette Karriere Daraus gemacht Diesen Film zu hassen Auf YouTube Das ist Also hart Dann fühlt es sich Manchmal halt immer so an Ja das Das hat er halt Nicht gemacht Aus Überzeugung Sondern Ja das Wir zeigen das extra Für die Leute Die sich beim letzten Mal So aufgeregt haben Weil wir Wir möchten ja Alle irgendwie Zufrieden stellen Wir sind ja Disney Und möchten möglichst viel Viel Geld machen So Zentrismus Als Als Filmefirma Keine Ahnung Also ich fand Das hat sich auch So angefühlt Der Fanservice Also der war schon Ein bisschen sehr extrem In dem Film Fand ich Ich find der Wirkte zum Teil Auch sehr Reingedrückt Die fucking Medaille Diese fucking Medaille Für Chewie Come on Also das war Das war wirklich Das wo ich im Kino So ich mag Fanservice Ne so irgendwie C3PO wieder mit Dabeizuhaben In dem Für whatever reason Ist okay Äh Find ich Finde ich cooler Fanservice Weil der ist auch Tatsächlich immer noch lustig Aber diese Chewie hier ist ihre Jetzt hast du endlich Deine Medaille Weil du hast ja damals Scheinbar kein So In dem Universum Hat das kein Schwanz Interessiert Diese Medaille Das war Das ist einfach so So ein Fan-Ding Das zieht mich aus dem Film Dann raus Einfach so Das war einfach so ein Fan-Ding Wo sich drüber lustig gemacht haben Dass er halt irgendwie Keine Medaille bekommen hat Und jetzt hat er sie irgendwie Am Ende da gekriegt So Keine Ahnung Das ist auch Die ganze Rolle von Carrie Fisher In dem Film ist so Ich Auch einfach zu wissen Dass diese Frau Gestorben ist Und Alles was du da siehst Sind halt Alte Aufnahmen Plus irgendwie CGI-Bearbeitung Und das fühlt sich so Falsch an Finde ich Das fühlt sich so Falsch an Einfach wenn ich das so Das irgendwie Ich weiß nicht so Ich kann es nicht mal Wirklich begründen Oder genau festmachen Aber irgendwie was Moralisches Oder So literally Die Seele fehlt Einfach bei dem Film Keine Ahnung Ja Ich finde da Das Schlimmste ist für mich Dass sie halt In der Episode davor Die perfekte Möglichkeit Hatten sie Halt auch Legit In dem Film Umzubringen Und einen anderen Charakter In die Rolle zu setzen Sodass man so sagen könnte Ja gut Die Schauspielerin ist jetzt gestorben Dann Geben wir jetzt dem Charakter Auch ein gutes Ende Und dann können wir weitermachen Sondern man weiß ja auch ganz genau Dass sie sich Dafür entschieden haben Einen ganzen Film zu machen Wo sie Die Schauspielerin Irgendwie mit CGI und sonst was Ersetzen müssen Das fand ich immer Irgendwie bitter Ja Star Wars Episode 9 Das ist Wie fandet ihr denn Die Auseinandersetzung Also die erste Große Auseinandersetzung Mit Rey Und Kylo Ren Auf diesem Ich muss sagen Visuell War das halt Total geil Dieser Der Todesstern So kaputt Da lag Und dann Sind die auch In das Das alte Command Deck Da wo eben Der Von Episode 6 eben Der Endkampf Dann war Und dann draußen Ich fand das eigentlich So visuell Ganz cool Aber So auch da So ja Jetzt sehe ich Mein Vater Und jetzt sehe ich es Auf einmal ein Dass ich böse bin Also wenn er eine Möglichkeit gehabt hätte Es einzusehen Dann wäre es Episode 8 gewesen Und ich fand so 8 hat gezeigt Es gibt kein Es gibt kein Zurück für Kylo So wenn du An dem Zeitpunkt Nicht umdrehst Dann gar nicht mehr Und dann einfach so Ja jetzt bin ich Von ihr mit Mit ihren Magiehänden Die wir 5 Minuten Vorher im Film Übrigens eingeführt haben So eine Fähigkeit Die nie erklärt wurde So Ich weiß es nicht Das hat sich so Fucking fake Angefühlt einfach Nur um Happy End Zu haben Also Björn Jetzt Du hast jetzt noch Die Möglichkeit Du hast noch Die Möglichkeit Die Aussage Zurückzuziehen Weil Wenn ich an Eines geglaubt habe In dieser Trilogie Seit Episode 7 Wirklich Ich hab das Seit Episode 7 Gewusst Und das konntest du In den Filmen Lesen Dann Dass dieser Charakter Diese Redemption Kriegt Das Auch nach 8 Auch nach 8 Gerade nach 8 Sag mal Bist du blöd Guck den Film mal nochmal Gerade nach 8 Der 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 bringt seinen Vater um Instant regret Instant wirklich Er hat instant keinen Bock mehr auf diese Scheiße Macht trotzdem weiter Weil er zu tief drin ist Dann sagt er Dann sagt er In Episode 8 Will er mit Rey Was Neues starten Instant regret Dann hat er die Verliert er gegen Luke Luke sagt sogar noch zu ihm Er sagt sogar noch zu Leia Hier No one's ever really gone Also wo drauf hin Sollen das sonst leiten Er hebt am Schluss noch die Würfel seines Vaters auf Und die verschwinden Weil Und dann erneut Instant regret In Auf dem Todesstern In Episode 9 Sag da Hier Es ist zu spät für dich Rey Irgendwie Du bist auch von den Bösen So Und genau Meine Mutter kann dich nicht zurücknehmen Genau wie mich Also wenn ich der Trilogie wirklich eins In seiner Stringenz Anrechnen muss dann Dass es für mich Ein hervorragender Redemption Arc wirklich ist Ausgenommen der Tatsache Dass sie den größten Fehler Der Filmhistorie gemacht haben In der sie diesen Charakter am Schluss getötet haben Das ist nämlich auch ein Grund Meines Liebeskommers tatsächlich Aber also ja Ich muss es halt tatsächlich Also so blöd wie es klingt Für mich ist das tatsächlich Eine Stringenz Und die Die Bedeutung Einer Redemption Oder dieser Bekehrung Oder dieses Dieses Wechsels Zur guten Seite Die diesen Star Wars Ja so prominent auch gibt Wird ja vor allem Gerade eben dadurch definiert Wie sehr ein Charakter leidet Und ein Charakter muss halt Erstmal Leid erfahren Oder dafür Bestraft werden In so Wenn du es so willst Und Wahrscheinlich werden wir da Früher oder später Auch noch drüber reden Auch diese Liebesgeschichte Ich war Fan Von Anfang an Ehrlich gesagt Die Wahl hat sich quasi Dazu entscheiden Er selbst zu sein Sozusagen Punkt Björn Ja Das ist halt jetzt nicht Schon wieder passiert Und selbst dann Wenn du es irgendwie so gelesen hast Fand ich jetzt nicht Dass irgendwie in Episode 9 Dass das wirklich viel Dazu Dazu beigebracht hat Also hauptsächlich Dass er dann so spürt Dass seine Mutter gestorben ist Und dann hat er mit seinem Ghost Daddy Die Unterhaltung gehabt Auf dem Ding Auf dem Ding direkt danach Und dann ist es einfach so Instant Jetzt auch wieder Ich Ich fahr dahin Und opfer mich Und mach halt die Sachen kaputt Keine Ahnung Also Plus halt in dem Moment War so die komplette Ja Spannung weg Für irgendwelche Leute Zu sterben Weil jetzt haben wir auf einmal Diese Jedi Kräfte Der Heilung Irgendwie gezeigt Und es gibt ja irgendwie Drei Charaktere Die sterben Die dann irgendwie Wieder zurückkommen Und nur einer stirbt Eigentlich am Ende Weißt du Auch so C3PO Ist so Ja wir müssten jetzt Deine komplette Dein komplettes Mainboard Irgendwie hier kaputt Fahren Und dann kannst du dich An niemanden mehr erinnern Und bla 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 Und ja da gibt es auch Kein Backup Und am Ende ist so einfach R2D2 Ja hier ist dein Backup Ah okay ich bin wieder da Alles klar So Ray stirbt Und dann Ah ja jetzt Kylo Ren Macht sie wieder gut Und dann dürfen wir noch Unseren Kuss haben Den ich auch Überhaupt nicht verdient fand Love it Love it Love it Ne da bin ich ganz Da bin ich ganz klar Auf der Seite von Wie heißt der John Boyega Der Schauspieler von Von Finn Ach der kann mich Wirklich der kann mich Mittlerweile auch mal so Krass am Arsch lecken Ohne Scheiß Ich hab den vier Jahre geliebt Und jetzt fällt er mir In den Rücken Was soll der Scheiß Wirklich Also für die Leute die das nicht wissen Der hatte dann Also man merkt wirklich auch Bei allen von den Von den Schauspielern Die sind aus den Verträgen raus Alle hatten bei Wenn du diese Pressetour Von Episode 9 anguckst Keiner hat mehr Bock drauf Und John Boyega Hat ja dann eben danach Auch so sich über Fans Lustig gemacht Die dann so Ja hier die Oder Raylo Oder wie sie es genannt haben Diesen Chip oder so Und hat sich über die lustig gemacht Und war quasi so Ne die hätte mit Finn Zusammenkommen sollen Nein Was sagt völliger Blödsinn Das ist völliger Blödsinn Und wenn er zum Beispiel Er fragt sie Ja warum hast du nicht Meine Hand genommen Und so Also es ist da schon Also es wird in dem Film Schon behandelt Sozusagen Es ist nicht so Dass es jetzt komplett Aus dem Nix kommt Und ich habe es bei den ersten Zwei Malen auch nicht so Richtig gesehen Auch nicht sehen wollen Aber am Schluss war es dann Schon so Ja es gibt da ein Setup Für mich haben ja Obviously auch schon Die ersten zwei Filme gereicht Und ich finde halt auch Dieses Lofting Ich liebe es wirklich Muss ich ganz ehrlich sagen Das war auch das einzige Was ich aus dem Film Wirklich positiv heraushol Weil ich finde Dass es für beide Charaktere Zumindest ein teilweise Zufriedenstellender Abschluss Ihrer jeweiligen Arks ist Für Rey ist es Leider Gottes letztlich dann Dass er stirbt Der größte Hochverrat An ihrem Charakter ever Weil wenn all das Wonach sie drei Filme lang Sucht Familie ist Sie sich dann Jemanden verliebt Und der dann stirbt Ist es wirklich so Habt ihr euren eigenen Charakter verstanden? Sorry Und dass er quasi Sie nochmal zurücknimmt Als Also er gibt ihr Ihre Lebensenergie Ist halt ein richtig geiler Callback auf Episode 3 In dem Anakin Skywalker Der Großvater Zum Beispiel Sagt, dass Liebe kann Padme nicht retten Er braucht die dunkle Seite Um sie am Leben zu halten Und er hat quasi dabei versagt Er konnte seine große Liebe Nicht am Leben halten Aber sein Enkel hat es dann Doch getan Er hat sozusagen beendet Was Darth Vader begonnen hat Und dementsprechend Finde ich es halt Sehr Sehr konklusiv Wenn ich es einfach Sehr kathartisch Wenn ich es mal so sagen soll Letztlich hätte er leider Gottes Dann auch überleben sollen Aber das ist nochmal ein anderes Thema Punkt Warum sage ich immer Punkt Meine Güte Damit es dramatischer wirkt Punkt Ausrufezeichen Ja also dann Ich glaube da Das Da müssen wir jetzt nicht Noch weiter drüber Akzeptiere ich so Ist okay Ich wollte die anderen auch nochmal Zu Wort kommen lassen Ich fand diese Die Liebessache Eigentlich okay Aber so wie sie Im Film verpackt wurde Halt nicht Also daran habe ich Ich habe Ich habe ein großes Problem Mit dem Finale einfach Also da saß ich auch im Kino Als die dann da Vor Palpatine standen Und so Und ich musste lachen Weil ich das alles so dumm fand Also Das Finale fand ich echt Irgendwie Sehr Naja Das Finale war sehr Anime Also das so Als er seine Sein fucking riesen Blitzlaser Und dann Jetzt Das war Kingdom Hearts War das Ende Einfach so Mit dem Die 13 Die 13 Darkness Gegen die 7 7 Lichter Oder sowas irgendwie Ich fahre eine Alle Palpatines Bevor Und ich fahre alle Alle Jedi Und ich glaube an das Herz der Karten Und jetzt kriege ich dich besiegt Aber warte Mit einem Laserschwert Schaffe ich es nicht Aber mit dem zweiten Und dann macht die so ein X draus Und ich musste so Ich musste wirklich Wirklich lachen Im Kino einfach Also kann ich absolut nachvollziehen Das fand ich so dumm einfach Okay 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 Also Also jetzt kam das Stichwort Anime Jetzt Jetzt kann ich schon sagen Nee Ich fand das Ich fand das überhaupt nicht Also das Finale fand ich noch mit Am besten vom Film Was ich halt nur fand War halt Dass alles was davor kam Das nicht unterstützt hat Also als ich das gesehen habe War ich so Ja Wenn der Film Davor was gemacht hätte Dass ich das jetzt genießen könnte Dann würde ich das auch nicht komisch finden Sondern dann würde das einfach So passen Aber die Vorarbeit dafür Wurde halt einfach nicht geleistet Und bei mir war es halt wirklich Diese ersten 30, 40 Minuten Auch voll mit Exposition Und überhaupt hatte ich im Film Total oft das Gefühl Dass man nicht einfach Zuschauer denken Und fühlen lassen konnte Sondern es musste immer noch Irgendwas erklärt werden Zum Beispiel Als dann Kylo nochmal seinen Vater hatte Hätte ich das voll cool gefunden Wenn das keine total ausgeredete Sequenz gewesen wäre Sondern irgendwie So ein Satz Und ein langhängender Shot oder so Und dann gehen wir weiter Und wir können uns so denken Was passiert ist Weil für mich war auch Diese Redemption-Arc Total offensichtlich Dass die kommen würde Aber es war halt wirklich so Dass der Film am Anfang Nix dafür gemacht hat Dass sich das gut angefühlt hat Und naja Ich bin nicht so Auf der Shipping-Seite Ich hätte nur Umarmung Okay gefunden Aber das ist ja Geschmackssache Was sagt ihr zu Ray Palpatine? Das würde mich ja jetzt doch Interessieren Oh Das ist Das ist So ein JJ-Ding Irgendwie Jetzt müssen wir Alles Das muss irgendwie zusammenhängen Aber Können wir stattdessen Über Babu Frick sprechen Weißt du Also Das Nimm ich Episode 9 Auch nicht übel Ich find so In den Star Wars Franchises Hast du immer so Diese Okay ich weiß Dass dieses süße Ding Ihnen jetzt auf einmal Ja Merchandise Aber ich find ja auch Solche Entscheidungen Wäre ja immer so Isoliert Von dem eigentlichen Prozess Also Ja Natürlich wird das irgendwie Verkauft Aber Natürlich ist es auch cool Sich sowas auszudenken Und sowas zu designen So Und nur weil etwas süß ist Heißt das nicht Dass es nicht süß wäre Wenn es nicht Merchandise wäre So Also Wenn ich mir was für einen Space Film ausdenken Sollen Würde Und der Pitch ist Es ist irgendwie Also das war bei Bei dem Oh jetzt weiß ich den Namen nicht mehr Oh shit Sieh sie ich hab alles verdrängt Wie heißt der kleine Druide nochmal Shit EV8 Oder R2D2 Nee der ganz kleine Der aussieht wie eine Ente halt Achso Du meinst der aussieht wie die Wie die Pixar Lampe Als Druide Ja genau richtig Bei dem war halt auch der Pitch Er sieht aus wie eine Ente So Und dann denkt man sich halt schon Auch was niedliches aus So Und Ja Ich weiß nicht Ich find es oft auch irgendwie Pointless darüber jetzt zu reden So Oh Merchandise So Ja Ja Why Why not halt So Also Ich weiß nicht Das ist irgendwie der 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 Geringste Kritikpunkt Den man An dem Grundsätzlich an Film Mittlerweile irgendwie machen Machen kann Weil Gibt es wahrscheinlich Sachen Die da drin sind Weil man so sagt Oh wir müssen damit irgendwie auch Geld verdienen Ja aber Weiß nicht Ich meinte ja auch I'll take it Also Ja ja eben Genau 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 Äh Ja Also Mein Point ist letztlich Wird Babu Frick anders aussehen Wenn es kein Merchandise gäbe Ich glaub ehrlich gesagt nicht So Weil What's the point Ich könnt mir aber vorstellen Dass die Wie heißen sie die Porks Ne weniger prominente Rolle Im Achten gehabt hätten Wenn es kein Merchandise gäbe Weiß ich auch nicht Keine Ahnung Also dieser Ich glaub auch nicht Dass diese diesen Minidruiden Überhaupt in den Film Eingebaut hätten Wenn sie nicht noch irgendwie Merchandise hätten haben müssen Weil was Macht der eigentlich überhaupt was Ich glaub der sagt irgendwie Einmal so Offscreen Kommt dann Ray rein So ja der hat mir hier gesagt Wir müssen da und da hin Also Hatte der nicht irgendwie Noch so Daten gespeichert Oder sowas Irgendwas Ja das Und außerdem hat er auch Irgendwann glaube ich Ray so gefragt Ne das war irgendwer anders Der Ray nach ihrem Namen gefragt hat Und wer sie ist oder Das war jemand anders Ja das war die Auf dem Auf diesem Wüsten Das war genau Das war auch so Woher weißt du überhaupt Das ist für Filmfans Was besonderes Dieser Ort Aber für sie ist das doch Scheißegal Dieser Punkt Das ist auch Ja aber es gibt Also es gibt ja Es gibt ja zwei Momente Es gibt ja einmal auf Passana Wo dieses Aki Aki Festival ist Wo dann diese Frau fragt So hey Wie ist Ja das ist ja Das ist ja okay Genau genau Und das fand ich auch gut Und das war tatsächlich Ein ganz gutes Setup Und wenn Ray am Schluss Nicht gesagt hätte Ray Skywalker Wär es tatsächlich Auch ein gutes Payoff gewesen Aber Ray Skywalker Ist halt die Worst answer Possible Einfach Das wurde auch Zu Recht Zu Tode gememt Einfach Also Ja total Ray Star Wars Ray Luke And Leia Das Beste war Ray Shadow Legends Wow Blue Ray Das fand ich wirklich gut Ray who Ray Shadow Legends Das war hervorragend Ich hab die Ich hab dieses Gespräch Ein bisschen umgelegt Auf das süße Zeug Ich fand Ray Palpatine doof Um das noch zu beantworten Ich fand halt Der Achte hat das Ganz gut aufgemacht Und er siebt ja auch So ein bisschen schon Dass eben halt Nicht die Abstammung Nur so wichtig ist Und eigentlich jeder Die Macht in sich trägt Und dann hat man Am Ende von Teil 8 Halt auch noch diese Jungen auf diesem Casino Planeten Die halt auch irgendwie Wo der eine so Macht hat Aber das dann halt Auch so komplett Fein gelassen wird Und Teil 9 Ja Zeigt dem halt So den Mittelfinger Und sagt so Aber ich mach jetzt Doch was anderes Ich finde ja vor allem Ist auch das Das riesengroße Und vielleicht ist da Noch eine Noch eine größere Debatte Die man führen kann Und auch mein Allergrößtes Problem An dem ganzen Film Halt auch Das auf der Meta-Ebene Stattfindet Wo nämlich Episode 8 Einfach auch Ein Stück weit Natürlich In diesem Nerd-Ding Kommuniziert So Ja das ist ein Weiblicher Charakter Der kommt nirgendwo her Und es ist trotzdem so stark Deal with it Geht Episode 9 Jetzt hin und sagt so Ja actually Sie hat ihre Kraft Doch von einem Mächtigen Mann So Und am Schluss Nimmt sie übrigens Den Namen an Von einem anderen Mächtigen Mann Und es gibt Literally ja auch Diese Textzeile Wo ich mir denke Adam Driver Muss bestimmt Sich selbst Irgendwie am liebsten Tape über den Mund Geklebt haben Wo er Ray sagt Du hast nicht nur Power Du hast Seine Power Ja danke auch Wirklich Also genau das Ist das was ich hören wollte Das ist so im selben Jahr wo er Marriage Story Die Dialoge Gesprochen hat Muss der den Scheiß Auch sagen Richtig 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 Ja und das ist halt Wirklich so Und dann hat Was noch verstörender ist Das sind die Interviews Die da nachgegeben wurden Wo J.J. Abrams Zum Beispiel gesagt hat Ja für ihn war Star Wars ja schon immer Irgendwie Haus Palpatine Gegen Haus Skywalker Und ich denke so Was für ein Fucking Haus Palpatine Also Entschuldigung Jetzt mal War das nicht irgendwie Immer so die Skywalker Family Die sich selbst Irgendwie regulieren musste Und wie viele Palpatines gibt es In diesem Haus Also ganz kurz mal Und irgendwie Chris Terry Oder andere Drehbuchautor Der dann irgendwie Gemeint hat Ja die Die große Das große Ding Das Star Wars In Bewegung gesetzt hat War als Also diese ganze Complicated Story War als die Zwillinge Getrennt wurden Und deswegen am Schluss Sieht man Luke und Leia In der Wüste Und nicht irgendwie Noch Anakin Oder Ben Solos Machtgeist Oder so Und ich denke so Ja aber die Zwillinge Waren doch nach Episode 6 Dauerhaft irgendwie vereint Und in Episode 8 Waren sie auch vereint Und what the fuck Und warum ist nicht Die Das große Ding Das alles hat Ja Kulminieren lassen Dass Anakin Skywalker Von Von seiner Mutter Getrennt würde In Episode 1 Und die Jedi einfach Dumm waren wie Kacke So und warum ist jetzt Die Conclusion so Ja die Jedi waren eigentlich Doch nicht dumm Sie waren eigentlich Ganz cool so Und Rey macht jetzt wieder Hier Jedi Stuff Alles cool Leute Ach man Ja bester Film Würde ich sagen Also Kann man Kann man Kann man sich Was besseres vorstellen Als ein Abschluss Ähm Was mich vor allem Einfach noch so interessiert ist Wohin jetzt Also Weil Schlechteren Ruf Kann man jetzt glaube ich Nicht mit dem Franchise haben Sie hatten ja schon Die kompletten Spin-Off Filme Zwischen Die haben ja so schnell Kalte Füße gekriegt dabei Nachdem dann Solo irgendwie Gefloppt ist Und dann alles abgebrochen Und jetzt haben sie Zumindest serienmäßig Scheinbar wieder Also ich kann es nicht beurteilen Weil ich habe die Serie Noch nicht gesehen Aber jetzt haben sie ja Scheinbar mit The Mandalorian Zumindest irgendwie Wieder ein bisschen Äh So positives Feedback Dazu bekommen Aber da habe ich eben auch So glaube ich gemerkt Lass Lass einfach diesen Kompletten Serienkanon Hinter dir Mach entweder Sachen Die davor spielen Zwischen Irgendwo Den Filmen drin Ne Sowas wie Clone Wars Oder so Ähm Oder mach es einfach Komplett abseits Lass es nach den Filmen Spielen Aber dann sind irgendwie Die Dinge die passiert sind Sind einfach irgendwelche Legenden Aber ich glaube Sich Hart an diesem An diesem Star Wars Star Wars muss das und das sein Und die Filme müssen Diese Dieser große Krieg Gegen das Imperium sein Lass den Scheiß einfach Also da kann man auch Irgendwie was auf einem Kleineren Level machen Und muss es nicht Irgendwie so sein Oder in der Vergangenheit Oder was weiß ich Aber ich brauche nicht Nochmal eine Trilogie Die versucht einfach nur Das davor zu kopieren Na gut Kopieren Hat es das letztendlich So sehr Ich war Teil 9 macht halt Irgendwie auch So diese Arc Von 1 bis 6 Auch so ein bisschen Rückwirkend kaputt Oder Ja ich meine Jetzt versucht er wieder Dieses gleiche Ende Dann auch zu haben So am Anfang So ein bisschen Ja hier Wir Wir jagen da durch Und dann am Ende Sammeln wir die Truppen zusammen Um dann wieder Das Böse kaputt zu machen Und wahrscheinlich war es Ihnen dieses Mal Zu peinlich Einfach Wieder eine Art Todesstern zu machen Also machen wir das Dümmste überhaupt 5 Milliarden Sternenzerstörer Wo haben wir überhaupt Das Geld dafür her Wer hat das gebaut Wer bemannt das einfach alles Und wie lange warten die da Es ist so Einfach keine Ahnung Je mehr ich darüber nachdenke Je mehr ich darüber nachdenke Je so dümmer wird es einfach Welp Ja aber Ich dachte jetzt Ihr hättet auch so Irgendwie Meinungen noch dazu Was Disney jetzt mit der Serie Machen kann Oder machen wird Oder so Baby Yoda Ich bin mir gar nicht Also ich bin mir gar nicht So sicher wie die Also wie ist die Aufnahme Von Teil 9 Ist die wirklich so Durch die Bank negativ Oder ist das wieder nur So ein isoliertes In meiner Bubble Kam der halt Nicht so gut an Ist glaube ich generell so Also auch Leute die Also Leute die Last Jedi nicht mochten Mochten diesen Film nicht Und die Leute die Last Jedi mochten Mochten diesen Film auch nicht Also ich So alle Das Die Also meine Meine Erfahrung ist Dass die komplette Bandbreite der Fans Den Film Also maximal tolerieren So Ich warte ja Persönlich auf den Schockierenden Twist Weil es bei mir ja Komplett gedreht wurde Mit Teil 7 und 8 Dass ich Teil 9 Noch mal gucke Und den an den besten Der Trilogie finde Ja Also ich glaube Die generelle Wahrnehmung Von den Episoden 9 ist Also wo man vielleicht Ein bisschen drüber reden kann Auch wenn ich da im Grunde Nicht so viel drauf gebe Ist Dass er jetzt Die schwächste Einspielergebnisse Der Trilogie hat Was sehr ungewöhnlich ist Weil normalerweise ist es immer so Der erste ist sehr stark Der Trilogie Der mittlere nicht so Und am Ende gehen die Leute Dann halt nochmal rein Weil sie wissen wollen Wie es ausgeht Ähm Und hier ist jetzt so Ich glaube der hat nicht mal Rogue One jetzt überholt Oder vielleicht gerade so Oh okay So 1,1 1,2 Milliarden Oder so Force Awakens damals 2,1 Milliarden fast Und ich glaube Last Jedi war bei Und ich glaube Last Jedi war bei 1,4 Oder 1,5 Weiß ich jetzt nicht so genau Und ja Also was Björn gesagt hat Ich glaube es ist wirklich so Es ist the worst compromise ever So ein bisschen Keiner fühlt sich so richtig bestätigt Jeder ist so Okay was wollen wir jetzt genau damit machen Und so Zumindest in der Bubble In der ich lebe Geht es jetzt schon so Ja wie könnte man Ben Solo wieder Zurückholen So das Einzige Was jetzt noch ganz lustig ist Ist das halt Parallel zu Ähm Episoden 9 Anfang Dezember Eine Comicreihe losging In der halt Finale die so Erzählt wird Wie das Ganze mit Luke's Jedi Tempel passiert ist Wie Ben Solo zur dunklen Seite Verfallen ist Und so Wie das alles so passiert ist Und diese Comics Die sind halt irgendwie Die bestverkauftesten Comics Seit Geschnitten Brot Irgendwie Und es ist jetzt irgendwie So ganz lustig Dass die bei Lucasfilm Scheinbar grad so merken Shit Haben wir unseren beliebtesten Charakter umgebracht Ist das möglich Und es ist wirklich so Ja Guess what Also Ihr wollt jetzt irgendwie Vielleicht in 10, 15 Jahren Eine Trilogie rocken Mit Poe, Finn und Rey Wirklich jetzt Das ist jetzt euer Plan Irgendwie das große Trio Wo vielleicht auch noch ein Thema ist Über das man reden kann Weil jetzt so plötzlich so Oh das Trio Sie umarmen sich am Schluss Wie emotional Äh Ja Ich warte dann auf die Sitcom In der Rey In Äh Die WG einzieht In der Finn und Poe Schon als Paar leben Hm Das supporte ich Ja Und Babu Frick ist der Nachbar Der irgendwie immer am Fenster sitzt Und dann so Sprüche Hey hey Äh Ja also Persönlich weiß ich auch Gar nicht wohin mit Star Wars grad Also Ich hab Ich dachte Mandalorian Könnte cool werden Und wurde da auch sehr enttäuscht Hast du es geguckt? Ja Mhm Also Ich fand die Was die letzte Oder die letzte zwei Die eine Folge Die Taika Waititi Äh Regie geführt hat Glaub ich Äh Die fand ich lustig Aber Ansonsten Sehr Mäh Ja Also Deswegen Ich weiß nicht Das Die haben irgendwie eine Story aufgemacht Die in den ersten zwei Episoden Angefangen wurde Und dann haben sie auf Pause gedrückt Und Haben den Rest der Staffel so Monster of the Week Filler Episoden gemacht Und dann gibt's noch ein Finale Äh Fand ich Leider sehr Unterwältigend Deswegen Ich weiß nicht Die Spin-Offs Fand ich eigentlich Äh Coole Ideen Um halt noch weitere Dinge im Star Wars Universum Zu erforschen Und zu erkunden Aber Da sie da So ein bisschen Ja Haben sie ja wieder kalte Füße bekommen Weil Solo so Erfolglos war Den mochte ich aber eigentlich Ganz gern Den Film Fand den gar nicht so schlecht Deswegen weiß ich nicht Wie viel da noch kommt Aber Ja I don't know Wir haben jetzt auch Ich hab Werbung an der Stelle Ich hab einen Star Wars Podcast Und wir haben da auch Ähm Gerade jetzt Die letzte Folge Die wir aufgenommen haben War halt auch über die Spin-Offs Und die Tatsache halt Wie Wie das alles so Also jetzt so ein bisschen Retrospektiv Äh Was da so passiert ist Und Wie das aufgenommen wurde Und was jetzt so In Zukunft so ist Und das Geile ist halt auch Zum Beispiel dass Ähm Der Disney-Chef Bob Iger Ja jetzt Äh Lautstark auch Äh Verkündet hat so Die Zukunft von Star Wars Ist jetzt in den nächsten Jahren Erstmal Äh Hier Serien Und ich denke mir halt auch so Also jetzt Fernab davon Wie sehr ich Mandalorian mochte Und ich geb dir da total recht Ich fand's auch so Okay Ich hab nicht so richtig kapiert Was die da machen wollten Denk ich mir jetzt Die machen jetzt eine Show Zu Cassian Endor Und das war der eine Typ Aus Rogue One Der da am Schluss auch Achtung Spoiler Den Löffel abgegeben hat Ich denk so Das ist jetzt die Zukunft Von Star Wars Die Also Eine Show zu einem Typen Der in einem Film Eine der Hauptrollen gespielt hat Die aber jetzt auch nicht So krass ausgefleischt war Sondern es gab einen Satz Zu seiner Backstory Und daraus macht ihr jetzt eine Serie Und Das ist jetzt die Zukunft Von Star Wars Und dann gibt's noch irgendwie Irgendwann Eine Obi-Wan-Kenobi-Serie Wahrscheinlich wollen sie Einfach irgendwie nur Überbrücken Bis sie dann Einen Anschluss An Episode 9 Irgendwie machen können Oder so Ich weiß es auch nicht so genau Keine Ahnung Ja Ich fände vielleicht einfach Eine komplett neue Trilogie Ganz gut I don't know Mit halt neuen Figuren Ich weiß Bei den Schauspielern War es doch jetzt auch so Dass die eigentlich Dann erst mal Die Rollen auch nicht mehr Spielen wollen oder Ne die haben keinen Bock mehr Also das Beste ist Du musst mal Du musst alle vergleichen So Oscar Isaac Bei Episode 8 Wo er In Interviews Quasi Videoessays Schon vorskriptet Zu dem Film Und So bei Episode 9 Einfach teilweise so da sitzt Und So wie Ben Affleck Damals bei Batman wie Superman Irgendwie Ich bin froh Dass der Scheiß vorbei ist Ich kann wieder normale Filme machen Endlich bin ich raus Danke für das Geld Aber fickt euch alle Ja wobei Wobei ich mir aber schon Eigentlich vorstellen kann Dass da irgendwie Ein grundsätzliches Interesse Ist Weil Ich meine Wir können die Erfahrung Nicht so genau machen Aber ich glaube halt diese Also Die erleben ja auch genug Am Set und so Und die sind halt schon Scheinbar befreundet Oder so Und ich denke mir so Diese Das Versprechen davon Zehn Jahre 15 Jahre Nach so etwas Noch mal zusammen zu kommen Und noch Geschichten zu erzählen Die ja dann Also Nur weil die eine Jetzt sag ich mal Im Im besten Falle Dass die vielleicht Untereinander sagen So Episode 9 war kacke Das muss ja nicht bedeuten Dass dann Der nächste Film Den sie machen Kacke ist Und wenn jemand kommt Und sagt Das ist unser Pitch Wollt ihr noch mal dabei sein Und die denken Der Pitch ist gut Warum sollten sie es da nicht machen So Also ich meine Der Paycheck ist auf jeden Fall Schon mal da Wahrscheinlich Und ja Also ich glaube Man Um jetzt noch mal Über die Zukunft von Star Wars Oder so zu reden Ich glaube man Tut sich da auch Ein bisschen einfach Jetzt dann zu sagen So Star Wars hat jetzt Mega Probleme Und Star Wars ist tot Star Wars war schon Viermal tot Und ich glaube Und dabei bleibe ich auch Ganz egal Wie Episode 9 ist Und wie sehr schlecht Ich mich gefühlt habe In einem Jahr Kann ich da bestimmt Noch mal anders drauf Zurückblicken Wenn der Liebeskummer Dann vorbeigezogen ist Und dann auch Noch mal sagen Also wer die Prequel Trilogie Überlebt Der ist unkaputtbar Auf eine gewisse Art und Weise Und ich glaube Da gibt es schon noch Geschichten Die man erzählen kann Und wenn jetzt alle Mal noch mal ein bisschen Runter kommen Und wenn dann In 5, 6 Jahren Vielleicht dann Eine neue Trilogie In einem neuen Setting Mit neuen Figuren ist Dann werden auch Wird auch der Hype Wahrscheinlich irgendwann Wieder kommen Und da wird man auch feststellen So, oh Ich habe wahrscheinlich Doch die Ästhetik vermisst Und die Themen Die Star Wars inne wohnen Und die Geschichten Die da erzählt werden können Weil es ist ja schon Was cooles Und ich denke auch Dass ich ein gewisses Maß an Redemption Star Wars gewähre Ich meine Wer bin ich Dass ich das nicht tun würde Ich meine Du willst es ja einfach Du willst ja einfach Nur die Ausrede Also gib mir einfach Wieder einen guten Guten Film Oder irgendwas Gutes Dann habe ich die Ausrede Euch wieder Euch wieder zu lieben Momentan ist es tatsächlich Nicht ganz so easy Muss ich sagen Also momentan bin ich Wirklich noch ein bisschen Im Beef Modus Das ist ja wirklich so Also zum Beispiel Diese Kylo Ren Comics Über die ich geredet habe Hatte ich halt richtig Bock Darauf die zu lesen Hat mich richtig gefreut Und nach Episode 9 Denke ich mir so Ja was wollt ihr jetzt Dass ich die noch lese Also ihr habt den jetzt Eh umgebracht So sorry Warum soll ich überhaupt Noch mich dafür interessieren So ich bin richtig Verletzt Oh Mann Oh Gott Ja Kata Markus Marius Habt ihr jetzt abschließend Ich glaube das Also von Marius war es glaube ich Jetzt ziemlich abschließend So dazu Das hat sich gerade sehr final Zur gesamten Serie angehört Kata Wie sieht es bei dir aus So abschließende Worte Ich werde meinen Star Wars Konsum Auf Baby Yoda Memes Beschränken Das macht mich glücklich Das ist gut Das war wirklich das Beste daraus Boah wir müssen noch eine Sache Eine Sache müssen wir noch besprechen Die extrem besprechenswert ist Die war auch sehr viele Schlagzeilen gerechtfertigt Der lesbische Kuss Der für fünf Frames zu sehen ist Ich hab den nicht mal mitbekommen Ich hab ihn gesehen Aber Ich war so Okay scheinbar war es irgendwo im Hintergrund Ich hab es nicht mitbekommen Das war mein einziger Spoiler Dazu kann ich aber Dazu kann ich aber tatsächlich noch was sagen Weil die Figur Die Diesen Kuss hatte War auch schon in Episode 8 Und hieß Der Charakter heißt Commander Darcy Und Ist ein Charakter Also das hat ja auch Star Wars so an sich Und ja ich bin Dann doch schon Ich guck die Filme zweimal zu oft wahrscheinlich Und Das hat ja dann so Das trägt mit sich Dass du dann anfängst so Random Characters abzukulten Wie bei Star Wars gibt es Ich weiß nicht ob ihr das kennt Aus Episode 5 Dieser Ice Ice Maker Man Oder wie er heißt Ich weiß es gar nicht genau Auf jeden Fall gibt es da auf Bespin So einen Typ Als dann die Meldung reinkommt Von Lando Carician Dass evakuiert wird Läuft da einfach so ein Typ Mit so einer Ice Maker Maschine rum Und der wird mittlerweile tot gefeiert Genauso ist es auch mit Boba Fett Oder so Und diese Frau Commander Darcy Hat halt in Episode 8 Ein paar Szenen Und sie hat halt so ein super ikonisches Profil Also so ein Gesichtsprofil So eine riesen Nase Und deswegen hab ich die immer irgendwie abgefeiert Und als sie dann Episode 9 Nochmal war ich so Oh mein Gott sie ist wieder da Das hätte ich jetzt nicht gedacht Und dann war sie auch noch die Mit dem Mit dem Iconic Kiss Und ich dachte so Meine Güte Geht's noch besser Mensch das ist der Bestgeschriebenste Charakter Im ganzen Film wahrscheinlich Oh Mann Als du meintest so Dass du die Filme zweimal zu oft siehst Dachte ich jetzt kommt so Dass sie Ihr eigenes Abenteuer In so Hintergrund Einzelnen Frames erlebt Was man dann so zusammensetzen kann Und was dann eine viel bessere Geschichte Als die eigentliche Trilogie Ich hab tatsächlich letztens Mit einer Freundin genau darüber geredet Und hier in Episode 8 Hat doch Laura Dern mitgespielt Admiral Holdo Mit den lillernen Haaren Und die ist halt In einem Expanded Universe Ist die auch Ich weiß gar nicht was sie Ich glaube Ich will nicht lügen Pansexuell Irgend so was Ich krieg's gerade nicht auf die Reihe Auf jeden Fall hat sie glaube ich In irgendeinem Buch auch Einen Dialog Wo sie sagt so Mir ist es egal Wenig Liebe Ob das jetzt ein Alien ist Oder nicht Blablabla Jedenfalls haben wir uns dann ausgedacht Was ist wenn Diese Darcy Mit Holdo Eigentlich zusammen war Und jetzt hat sie endlich Wieder eine große Liebe gefunden Das ist ein emotionales Ding Wirklich jetzt mal Leute Und ihr macht da irgendwie Ein Diversity Ding draus Wenn J.J. Abrams da Eine kathartische Geschichte erzählt Schönt euch Oh Mann Ja also für das Spin-Off Bin ich für Ich auch Let's go Machen wir so Reichen wir ein Wer schickt das Wer ist momentan nochmal Der aktuelle Disney-Chef Bob Iger Bob Iger immer noch Okay Alles klar Schick einfach Suchen wir mal kurz Bei Google Seine Adresse raus Oder so Dann B-Iger At Disney Punkt com Wird bestimmt passen Oder so Also Big Bobby At Disney Dot com The Big B Ja okay Dann Ich glaube das wäre Das ist ein ganz guter Abschluss Dann Bringen wir das hier Ganze Ganze zu Ende Ich hoffe der Podcast war besser Als Abschluss Trauma Bewältigung Ja das ist einfach Ich hoffe ihr hattet auch eine schöne Therapiestunde mit uns zusammen Dann nochmal an dieser Stelle Vielen vielen Dank an eure großzügige Unterstützung Denn wenn ihr das hier hört bedeutet das natürlich dass ihr uns auf Patreon unterstützt Und auch vielen vielen Dank natürlich einmal an Markus und Katta dass ihr hier teilgenommen habt um euer Trauma zu bewältigen aber vor allem auch vielen Dank an Marius dass er sich bereit erklärt hat hier wieder mit uns aufzutreten Und für die Leute die ich glaube besucht einfach seinen Kanal Marius Scholz auf YouTube das sowieso Ich glaube alle die jetzt hier uns unterstützen die werden sowieso schon deinem Kanal folgen und dich kennen aber das verdient einfach nochmal gesagt zu werden und du arbeitest ja auch momentan Hat man so aus hier wir machen wir kriegen die ganz großen journalistischen Scoops einfach du arbeitest ja gerade wieder an einem großen Projekt habe ich gehört Äh ja aber ich will nicht viel dazu sagen das ist das nächste Trauma das ich bewältigen muss Jetzt kriegen jetzt kriegen wir nicht mal den Scoop Hast du die Lehre die Star Wars hinterlassen hat damit gefüllt Ach schön wärs ey Hervorragend alles klar dann würde ich sagen dann wärs das und wir hören uns beim nächsten Mal bis dann ciao Ciao Tschüss Tschüss